hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge motz und co wir sind in folge 346 und wir fangen an mit dieser baumplantage genau baumplantage hier braucht zwei sachen auf jeden fall ihr seht sie schon am logo ihr braucht die war braucht die revamp edition brauchte dementsprechend und brauchten ich glaube ibc fix tank brauchte glaube ich das sind jetzt zwei tank geschichten oder so was wieder dazu kommen als motto mit diese hier läuft die links habe mich davon jetzt nicht drin aber sobald ihr dies hier aktiviert wird er euch dann fragen ob aus dem mod hat das andere runterladen soll das geht ja nicht auf dubiose seiten sondern das wird den direkt von giants über den mod heruntergeladen er müsste hinterher einfach nur sagen ja aktivieren nachdem es unten ist und das ist es dann schon das heißt da braucht ihr keine extra links für das geht so ja wir haben wir den hackschnitzel bereich haben in den baumbereich und wir haben hier und einen mistbereich und das ist eine baumplantage so einfach ist das ganze da seht ihr baum in klein dass ich die baum gerade weg also von allem was dabei und wenn wir uns das ganze angucken dann sehen wir hier bei produktionsketten ist es auch geht es einfach darum holz zu machen so einfach ist dafür brauchen wir setzlinge einmal wir brauchen mist und wir brauchen herbizide da kommt halt diese tank geschichte ins spiel zeige euch gleich mal kurz im shop ich müssen anscheinend mit dem hier aufgefüllt werden ich glaube in anderen form scheint es nicht zu gehen ja mist ist irgendwie auch klar und dann kommt raus holz und hackschnitzel beim sägen und sowas fällt aber zur seite und sowas halt werden äste klein gemacht und so in der richtung damit kriegt er noch hat geschützt aber raus ja das ist so die ausbeute die man dabei hat dann und was man da rein packen muss und dann seht ihr es dementsprechend prioritäten und so was lassen sich setzen das ergibt sich daraus dass wir die edition die dementsprechend haben dass das damit dann läuft ja wir gucken uns einmal ganz kurz im shop das ganze an das ist glaube ich unter paletten zu finden und da seht ihr ja auch flüssig dinge gehört da auch dazu aber es geht halt wahrscheinlich hauptsächlich um die herbizide das ist schon der ganze trick ja das war mod 1 das was wir jetzt angucken müssen ist wie toll ist der spaß denn überhaupt erschreckender weise ist das glaube ich unter produktion und nicht unter plantagen obwohl es baum plantage also holz plantage heißt ja es ist nicht klein wie ihr seht also ihr müsst das schon so ein bisschen was hinsetzen so von der größenordnung her und ihr müsst 10.000 investieren was der wiederum wenig ist muss man sagen ja ich weiß nicht ob das vorhin gedreht hat oder irgendwas nicht angezeigt hat dass sie sich auf jeden fall jetzt also wenn ihr es jetzt vielleicht das ist dass wir uns hingesetzt hat hier seht ihr da sind die herbizid geschichten und so was und da kommt das holz in stapelweise in diesem vorschaubild sieht man es halt da ja 10.000 investieren und da kann es losgehen wir kommen zum nächsten mod anna burger und ich habe diesmal einfach gemacht und habe die sachen eingeblendet wie viel kann ich hier wie bewegen wie heißt das gute stück für alles dran da seht hts 34 16 hydraulisches fahrwerk hat auch und 46 kubik gehen rein und schon brauche ich nichts mehr machen so einfach ist es gibt es in mehreren varianten ich habe es die variante hier mit der schnecken geschichte hier drin kommen das ganze auch mal an machen mit klappen das gute stück dann aus und das ist das gute stück sind schon so einfach ist es und dann können wir das ganze noch mal auf 1 damit ihr es auch seht nun da kann man halt dann den winkel hier einstellen wie man es denn gerne hätte man kann ja das ist halt die hydraulisches fahrwerk man kann die höhe anpassen und man kann die ganze winkel vom ganzen armen wie dementsprechend bewegen das ist der ganze trick so läuft das ganze ja wir machen das ganze mit wo fahren wir es wieder rein dann fährt er wieder auch an seine ursprungsposition zurück ihr habt gesehen das untere rohr fährt auch mit das ist halt wieder in die halterungsposition zurückgeht wir haben jetzt hier noch eine abdeckung die wir drauf machen können dann passiert auch nichts mit und kommt kein nichts rein was er nicht hingehört das sieht man hier auch schön aufgewickelt mit der halterung auf der seite schönes teil kann ich anders sagen wir steigen dementsprechend wieder aus ich hätten auch machen sollen dann ärgte auch nicht so ja textur mäßig ist hier ist alles sehr gut aus was wir uns jetzt noch angucken müssen ist der bereich im shop das finden wir dann tatsächlich unser überladewagen wer hätte es gedacht 95.440 kostet das gute stück 46 kubik hatte ich schon gesagt 240 ps braucht sie und ihr seht ihr könnt ihr dünger sagt gut und die standard früchte dann mit transportieren und wir haben hier auch ein paar möglichkeiten wir können sagen mit den oder auch ohne aufklärung gesagt ich brauche die beschriftung nicht langsam weiß ich was der sache ist wir haben hier mit saatgutschnecke oder kornrutsche wie es sein soll und wir könnten das ganze hier auch in grau wählen wenn ihr sagt so ein grelles rot brauche ich nicht felgen so ein bisschen in silber machen oder in chromfarben machen und dann geht es schon los ja dann bezahlt die halt so um die 95.000 für das gute stück so haben wir das auch jetzt laufen auf dem platz zurück weil wir haben es noch zwei traktoren fangen wir erst mit der etwas auffälligeren variante wir freuen mit dem c tor hier an wir haben einen c tor kristall hd 160 75 jahre c tor schild dran sieht alles sehr gut aus oben steht auch schon firmengeschichten dran und so was in der richtung textur mäßig sieht das alles sehr gut aus es gibt eine sache die ich textur mäßig wahrscheinlich er weggelassen hätte das ist dass sie vorne ich weiß nicht ob das schlauch kette was auch immer sein soll es sieht es hier einfach nur aus wie so ein graues wurmteil was er halt herum hängen ja wie gesagt einfach weglassen wenn die textur nicht passen weil sonst sie die texturen auch in dem ganzen zubehörpart und so was auch hier sieht sehen sonst echt gut aus das ist das einzige was so ein bisschen er stört so sage ich mal so ja so sieht es aus also wir für eine runde rein wir machen weil standard licht an fernlicht an und das nächste licht an und dann stellen wir fest wir machen jetzt mal die hilfe hier an die lichter hier oben gehen gar nicht ja dekoration leider keine funktion wenn wir die rundum leuchten an machen nicht rundum leuchten an der seite gehen die rundum leuchten obendrauf der blitzer bald oder was wir auch immer jetzt nennen wollen geht leider irgendwie auch nicht ich weiß nicht warum aber irgendwie will der so in der form bei mir nicht ganz normal blinken und so was das funktioniert alles das ist alles da sind halt nur ein zwei anbauteile die halt vielleicht konvertiert ist übernommen worden ist keine ahnung wenigstens da die funktion nicht hinterlegt worden anscheinend dann wir gehen uns mal das ganze im innenbereich angucken da haben wir hier gardinchen und allen drum und dran 500 verschiedene duftbäume gleichzeitig könnten traum sein dann hier drin muss man sagen wir haben jetzt hier keine sonderfunktion also ich drücke jetzt gerade die taste für simple ic oder so und auch unter hilfe habt ihr gesehen da ist jetzt nichts zu machen natürlich wer hier jetzt fenster aufmachen und seitenfenster aufstellen Türen aufmachen und hier noch ein seitenfenster traum gewesen aber nicht am start so wenn ich jetzt hier lichter noch hier drin dann sehe ich ja auch nichts auch der kanister den ihr seht da auch da ist die oberflächen perfekt so wahrscheinlich nicht standard weiß gedacht deswegen also ein zwei kleinigkeiten sind noch dran zu machen aber die ansätze sind schon mal super also da kann ich nichts zu sagen wir machen den motor an den wir schön die anzeigen bereiche vorne wie hier als kontrollleuchten aufgeben wir das ganze system dann hoch fährt wenn wir jetzt hier lichter machen und passiert da oben auch bei der lichtanzeige leider nichts armaturen leuchten etwas auf ihr seht also das ist auf jeden fall da und wenn ich jetzt mich nicht täuscht passiert hier auch an den seitenknöpfen bei den gelben innen drin kann ich ein bisschen was sehen da sind grau abgestuft und das eine leichte reaktion sonst hält mir so grob nichts auf an lichtreaktion so ich gehe noch mal den außenbereich wir machen das licht doch mal aus so würde ich sagen wir gucken mal eine runde in den shop ich weiß gar nicht ob wir sie unter mittel oder klein haben dass wir schauen wir einfach mal der ist unter mittlere lage ist 125 999 kostet er 171 ps hat er manuell und last schaltstufen 40 km h fährter und wir hätten auch die möglichkeit reifen die standard reifen mit rat gewichte zu haben genau wie die breit reifen breit reifen auch in der zweiten stufe mit rat gewichte einen zwillings bereifung hinten oder komplett zwillings bereifung frontlader auch quick oder hauer also das ist dementsprechend auch alles da das funktioniert so und so auch es gibt halt optisch einfach nur die sachen die mir aufgefallen sind und ja aber das ist wieder der eigentlichen funktionen nichts zu tun dass wir dem licht ist schade und die anderen beiden sachen hätten wir einfach weglassen können dann wäre es auch okay gewesen so ja dann würde ich sagen wir drehen einfach mal eine runde mit so rückfallleuchte hat er keine bremsleuchte hat er den gesprächen das funktioniert also schon mal werden einfach mal hier eine runde hinstellen so wir laufen zur zweiten mord und zur zweiten mord auf dem platz hier und da seht ihr es auch schon das ist ein messer Ferguson traktor aber dass in zwei verschiedenen varianten gibt zeige euch das zuerst im shop die sind unter kompakt untergebracht ganz am ende sieht ist auch nur unter einer rubrik das ist schön die alte klassische version 95 ps 40 km h fährt er dann 50.000 koste erst der 33 55 wir können das hier den gebrauchter traktor draus machen man sieht hier hat denn die andere nasenformen wir können halt die varianten die durchschalten 50 jahre edition kommunal variante premium und den rest müssen wir halt immer gucken da sieht man auch was für motorausführung es noch gibt ich lasse jetzt die variante mal an wir haben jetzt hier reifen extra breite reifen wir können die kurzflüge noch zusätzlich setzen und aus hier kommt leider zwar motorausführung ist zwar hier anders aussehen aber es ist immer noch 95 ps dann so muss man es halt dementsprechend dann sehen auch da seht ihr mit der runtergezogenen nase aber ich finde diese bullige wasser oder am besten mit muss ich zugestehen deswegen habe ich ja so genommen und da steht es auch so einfach ist es und wir hüpfen rein standard licht nicht spektakulär hinten arbeitslichter aber funktioniert und wir haben hier oben led streifen noch extra auch noch der funktioniert damit ist alles zu sehen wir haben hier rundum leuchten auch die wollen so wie sie sollen und wir blinken auch reflektoren part aus amerikanischen bereich haben wir mit dem dreieck hier dementsprechend auch dran wir gehen jetzt mal im innenbereich auch hier nicht ultra spektakulär jetzt hier so mal licht an macht dann passiert hier nicht so super wirklich was wenn wir ehrlich sind ich mache jetzt mal also das licht aus motor an sehen wir aber schon alle kontroll leuchten schön angehen schönes ding kann ja sagen wenn wir lichtern machen dann seht ihr selber sind die alle digital anzeigen hintergrund beleuchtet und es geht ein grünes glimm im mittleren tacho bereich rum und auch die tasten wie zum beispiel die lichttaste unten links am zwischen den speichen die leuchtet dementsprechend auch auf hier auf der seite wiederum sehe ich hier nicht so super so viele funktionen das spielte ja so hauptsächlich dann hier vorne ab wollte ich sagen so machen wir das ganze erst mal wieder aus machen wir die hilfe auf gucken auf irgendwelche specials sie sehen so nicht und auch wenn ich hier die taste drückt wir die steuerung auch das nichts zu machen so wir gehen wieder in die außenansicht und auch hier durch sagen drehen wir eine runde mit wir hätten schon die 50 jahre edition schild dran brem sollte funktionieren rückfahrleuchten hat er in dem sinne auch keine an macht aber auch alles nichts werden ihnen jetzt hier ganz so dicht aber mal hier neben stellen da sich wieder bremsläufen funktionieren zubehörig funktioniert in dem sinne soweit auch ja und dann laufe ich hier so eine runde rum und dann seht ihr die beiden hier freundlich mittig stehen und ja das war's dann für heute so schnell geht's ich hoffe dass euch gefallen hat würde mich sehr freuen wenn ihr auch beim nächsten mal wieder mit dabei sein würde wenn es euch gefallen hat dann lasst gerne passenden daumen da ich würde mich sehr über einen teil freuen und ein abo über spitz mäßig wir sagen noch mal vielen vielen dank für die unterstützung ja und bis morgen